Mein Name ist Stefan Birkner. Ich bin der Spitzenkandidat der FDP für die Landtagswahl am 20. Januar. Zehn Jahre haben wir erfolgreich für Niedersachsen regiert, gemeinsam mit der CDU. Wir haben große Erfolge in der Bildungspolitik, wir haben große Erfolge in der Arbeitsmarktpolitik und wir haben große Erfolge auch in der Umweltpolitik, wie eigentlich in allen Politikfeldern vorzuweisen. Wir wollen erfolgreich für Niedersachsen gemeinsam mit der CDU weiter regieren. Wir wollen den Schuldenabbau endlich anfangen. Wir wollen runter von den Schulden. Denn es geht darum, dass künftige Generationen auch die Chance haben und die finanziellen Spielräume haben, hier in Bildung, Sicherheit zu investieren, um eben auch ihre Politik und Zukunft gestalten zu können. Deshalb setzen wir uns konsequent für die Schuldenbremse ein. Wir wollen ein vielfältiges Bildungssystem in Niedersachsen erhalten. Wir wollen keine Schulstrukturdebatten führen, sondern wir wollen über die Inhalte, über die Bildungsqualität reden. Und wir wollen die Energiewende zum Erfolg bringen. Das größte Risiko für die Energiewende ist die Frage der Bezahlbarkeit. Wir setzen uns ganz konkret dafür ein, dass die Energiewende bezahlbar bleibt und dass die Strompreise sich eben nicht ins Bodenlose entwickeln. Und in diesem Sinne bitte ich Sie, wählen Sie die FDP am 20. Januar, damit es in Niedersachsen auch künftig weiter so gut vorangeht wie bisher. www.lein.gr www.lein.gr